Hallöchen liebe Leute, jetzt zur dritten Community Challenge Nummer 3. Heute sind wir sehr bescheiden meine lieben Freunde, wir haben uns nur zwei Vorschläge rausgesucht. Einmal pranken wir Sascha und ich soll diese scharfe Piperoni essen, das mach ich gleich mal. Sabelotte ey, ich bin grad durch die halbe Weltgeschichte geflogen. Jetzt erzähl ich mir noch nix, willst du erstmal scharfe Piperoni oder? Nee, ja da und Döner, wenn du Bock auf den Döner hast. Nee, dann ess ich jetzt. Hey, erzähl mal, wie war's in Berlin, ne? Ich weiss jetzt erstmal in den Döner rein, gell? Sag mal, was hast du denn da von den scheiß Huren am Hals? Ah, was ist denn das? Mach euch das, das ist für den Effekt gewesen, ey. Ey, das scheiß doch voll rein, mach's doch weg. Sieht doch scheiße aus, weißt, so läuft doch kein Depp rum. So, Döner. Jetzt gibst du doch mal ein Stück ab, oder? Ich glaube, die hakt zu, das ist mein Döner. Was du die immer rausnimmst, schau, dann können die direkt eine klatschen. Du Huren so. Ja, doch. Ja, ja, okay, Döner. Boah, Boah, Bigger Bäh, was machst du da, Alter? Du lästige kleine Mardef, mit hässlicher Bizarre. Du gehörst voll graben, oder auf den Scheiterhaufen sparst. Sieh ein, dich braucht keiner, also hau ab, bevor ich dich mit Grausamkeit ersaufen lass. Das war für deine Mutter, du bist auch nicht von den jemelligen Schwächlingen, die nachher hier bis zu Boden fallen. Das war für diese komische Bewegung, wenn du in den Videos, du zappelige Lappen, hast du Binnen im Mosenstall? Fick hier, deine Wannabe, anderswürdig, Motherfucker, du wärst gerne Double-Time-Alabers, aber generelle Mann, wenn du in den 1, komm, ich danke dir, wie man die Sillen in den Bibi-Maschinenpessungen knallt. Ja, komm, lass los, war jetzt. Jetzt müssen wir auch schon feststellen, dass wir jetzt zu Metro fahren. Jetzt sind wir bei der Metro und kaufen eine Spritzpistole. So, da sind wir auch schon wieder, haben uns dieses fette Gerät besorgt. Ich bin ein Sterosaurus. Bei dem es immer kracht, es immer kracht, immer kracht, immer kracht. Oh, es immer kracht. Oh, es immer kracht. Digger, was? Wenn du Eier hast, wir pranken jetzt Sascha, okay? Digger, ich hab Eier. Nice, Digger. Wir sind jetzt bei Sascha angekommen. Heftig, Digger. Wir haben den heftigsten Prank unseres Lebens, Digger. Okay, jetzt mal Realtalk. Wir haben jetzt hier die heftigste Gun aller Zeit. Es ist heftig. Digger, was? Digger, was? Digger, was? Der Prank ist hundertprozentig real, Leute. Der Prank ist so real, Leute. Sascha weiß nicht. Er ahnt nichts. Er ahnt nichts. Jetzt ist es wirklich durch. Auf jeden Fall zieh ich durch, Digger. Ich spritz ihn ab mit einer Wasserpistole des Brauns, Digger. Digger, willst du mich abspritzen? Auf jeden Fall, Digger. Das ist heftig, Digger. Oh, Digger. Geh überhaupt schon mal den neuen Nike. Jesus, gissin mal. Auf jeden Fall. Oh, original. Er kennt doch mal den Rundlein. Oh, und jetzt bist du den Mann, scheiß den Prank hier, Alter. Digger, nice, Alter. Digger, was? Jetzt mal Realtalk. Wenn ihr den Prank wirklich sehen wollt, 70.000 Likes. Digger, wir haben den Prank doch gerade schon gemacht, Alter. No homo. So, Leute, das war's mit der Community Challenge. Es war mal wieder richtig viel Arbeit, vor allem für ihn. Also, auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da und vergesst auf keinen Fall euren Vorschlag für die nächste Community Challenge in die Kommentare zu schreiben. Ciao. Abonnieren.